daran festhalten ist nicht, hm? Doch. Das ist noch eine zweite Etage. So, so. Ich kann dir leider nicht daran sagen. Nichts für eine extreme Witterungswelle. Du siehst aus, als wärst du schön warm. Hat jemand mitgedacht? Sehr glücklich, komm rein. Gut, dass ich das gekauft habe. Oh Gott, ich rutsche hier. Ich bin wirklich behindert. Oh Gott, ich rutsche hier. Alter. Oh Gott, ich rutsche hier. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. In der Luft ist die Steuerung gut, oder was? Ich glaube kein Mensch, ey. Oh, shit. 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 in dem moment als ich oh shit sache fiel mir auf dass er zurück danke dir jojo pries dafür habe ich sie gemacht ich hoffe sie helfen es kommen auch noch ein paar mehr uploads davon